Hallo und herzlich Willkommen meine lieben Gold- und Silberfreunde zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass die Türkei nämlich viel Silber kauft und da eventuell das Silber als Zahlungsmittel eingeführt werden kann. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es gerne oben, dann könnt ihr es euch noch anschauen. Im heutigen Video sprechen wir darüber, die Weltwirtschaft steht am Abgrund. Wenn sie abstürzt, kann Gold wirklich helfen, diese Weltwirtschaft wieder in den Griff zu bekommen und die Inflation einzufangen. Darüber sprechen wir im heutigen Video. Ich bin der Goldhamster und ich kann euch heute sehr schon mal sagen, wie spannend es wird im heutigen Video. Und loslegen möchte ich mit dem, was ich hier vor euch präsentiere. Und zwar verschiedenste Anlagemöglichkeiten im Goldbereich. Warum ist die Weltwirtschaft so am Abgrund? Man muss sich natürlich die Historie auch anschauen. Was haben wir die letzten Jahre, Jahrzehnte wirklich auch gehabt? Wir haben uns natürlich nach den Weltkriegen wieder stark erholen können, aber die Inflation hat uns immer mehr aufgefressen. Man hat einfach gemerkt, dass immer mehr Geld gedruckt worden ist und reingeschossen worden ist, ohne dass man darüber nachdenkt, dass die Inflation dadurch steigt. Wir stürzen uns natürlich auch von einer Krise in die nächste. Und wenn man das genauer ansieht, was uns die Corona-Krise gebracht hat, dass wir hier im Finanzsektor starke Einbußen hatten und jetzt auch mit der Krise in der Ukraine auch dazu noch dieses Problem haben, dass die Finanzkrise einfach weiter anhält und die Inflation weiter steigt. Alles wird teurer und dabei ist natürlich die Frage, wie kann man da entgegenwirken oder welches Mittel gibt es, dass man da wirklich der Weltwirtschaft wieder auf die Beine helfen kann, dass wir hier einfach die Inflation einfangen können, aber auch die Krisen zumindest vorübergehend beenden können. Langfristig wird es natürlich immer schwierig sein. Da muss natürlich wesentlich mehr mitspielen und da muss man auch sich wirklich Gedanken machen da dazu. Aber die Frage ist, kann ich denn mit Gold das Ganze überhaupt einfangen? Meiner Meinung nach ja, denn wir sehen, dass Deutschland der zweitgrößte Goldbesitzer auf der Welt ist. Wir haben sehr, sehr viele Länder natürlich, die Edelmetalle wie Gold und Silber als Rücklagen sich in ihren Tresoren, Bunkern, je nachdem, eingefangen haben und der Größte ist natürlich die USA, aber auch Deutschland hat hier den zweitgrößten Besitz auf der Welt. Und wir haben natürlich schon die Möglichkeit, wenn ich hier diese Barren nehme, Ich habe euch jetzt hier natürlich nur einen 10 Gramm Goldbarren mitgebracht, aber es gibt natürlich da in den Lagern Barren, die 12,5 Kilo haben und da sieht man einfach, dass diese Goldreserve auch da ist. Für was ist sie nur da? Wir könnten mit dieser Goldreserve natürlich unsere Inflation einfangen, indem wir entweder das Gold freigeben und hier diesen überschwemmten Markt auffangen, aber wir könnten natürlich auch die Währung besser mit Gold stützen, denn das war in der Vergangenheit auch schon so, dass eigentlich die Goldreserven da dafür da waren, dass man dieses Geld, was alles gedruckt wird, quasi mit Gold hinterlegt ist. Seitdem das nicht mehr ist, entstand diese Inflation. Deswegen wäre es eine Möglichkeit, dass man mit Gold hier das Ganze wieder einfängt, denn Gold wird auf dem ganzen Weltmarkt gehandelt und ist natürlich schon seit Jahrtausenden wichtig im Finanzsektor und deshalb wäre das eine gute Möglichkeit natürlich. Auch für jeden Anleger unter euch ist es natürlich sinnvoll, in Gold zu investieren, denn Gold wird irgendwann immer teurer, denn Gold wird immer weniger gefördert. Wenn ich mir denke, wir haben jetzt hier einen Krügerrand aus Südafrika, eine halbe Unze, also 15,55 Gramm Feingold und hierbei sehen wir die Münze aus Südafrika. Wir haben in Südafrika Minen, die schon über 5000 Metern tief sind und da merken wir auch, wie tief man schon graben muss, um überhaupt an dieses Gold zu kommen und deshalb treibt das natürlich auch den Preis nach oben. Und alle flüchten sich immer in dieses Edelmetall, besonders in den Krisen und nachdem wir uns in eine Krise nach der anderen stürzen werden, ist es auch so, dass dieses Edelmetall immer beliebter wird. Deswegen empfehle ich euch natürlich, in dieses Edelmetall noch gut anzulegen, denn hier habt ihr auch was und ihr habt auch physisch hier etwas in der Hand im Gegensatz zu Aktien, die ihr irgendwo auf eurem Computer in irgendeinem Portfolio sehen könnt, investiert, wie gesagt, sicher in dieses Gold und da gibt es natürlich die verschiedensten Anlagemöglichkeiten, die ihr euch da zulegen könnt. Wir haben natürlich den Goldbarren, den ich euch schon gezeigt habe oder aber auch den Krügerrand als klassische Standard-Goldanlage-Münze, die einfach auf der ganzen Welt bekannt ist. Besonders natürlich auch historischere Münzen, die aber sehr nah am Goldpreis teilweise auch gehandelt werden. Wir haben hier links den Sovereign aus dem britischen Empire, also aus Großbritannien und das Schweizer Freneli haben wir hier auch noch, die 20 Franten, ihr kennt sie von den anderen Videos. sind nah am Goldpreis, sind auch super zum Handeln, zum Tauschen, ideal auch als Krisenvorsorge. Deshalb empfehle ich natürlich auch immer diese Münzen in einem Portfolio zu haben. Empfehlen würde ich aber besonders für alle deutschsprachigen Mitbürger und alle, die diese Videos sehen. Ich habe hier eine halbe Unze eines Gold-Euros und zwar habe ich hier die deutsche, die Währungsunion mit einer deutschen Münze hier aus dem Ausgabejahr 2002 mit diesem E3. Sehr, sehr schön und diese Münzen sind immer sehr, sehr nah am Goldpreis. Deswegen würde ich euch immer natürlich empfehlen, diese Münzen auch zu kaufen, im Gegensatz zu anderen mit hohen Aufpreisen. Da wirklich darauf schauen und das ist ideal für euch, dass ihr hier einfach euch schützen könnt, der Inflation entgegenwirken könnt und aber auch mit dem Staat hier dasselbe macht, wie er, dass man hier sich eine Goldreserve aufbaut. Denn man muss sich natürlich immer fragen, warum haben wir denn Goldreserven auf der Welt und nicht andere Metalle oder andere Gegenstände? Warum ist es Gold? Das ist ganz einfach, weil wir hierbei ein Edelmetall haben, das sich nicht vermehren lässt, das auf der Welt schon seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel gilt und einfach sich für jeden auch physisch etwas möglich da wäre. Und deshalb ist es immer wichtig und interessant, natürlich in Gold zu investieren. Man kann so der Weltwirtschaft helfen und natürlich auch entgegenwirken, aber da spielt natürlich die Politik auch eine Rolle und deshalb ist es nicht so ganz einfach, dass man hier natürlich das Ideale rausholen kann aus dieser ganzen Sache. Das sind natürlich Hinweise, Tipps von mir, wie man da am besten entgegenwirken kann und wie man euch als Anleger, egal im Standardanleger, Sammlerbereich oder als Anfänger oder als Profi, das ist egal. Wichtig ist immer in Gold anzulegen, in Gold zu investieren, denn da habt ihr immer die beste Möglichkeit, daraus was zu machen und ihr habt dann oft natürlich auch das Ganze, dass wenn Gold steigt, dass natürlich hier auch euer Wertzuwachs da ist und man wird auch sehen, dass etwas geschieht. Man hat es im letzten Video gesehen, dass die Türkei hier mit Silber arbeitet, aber natürlich gibt es auch viele Goldreserven und da muss jetzt etwas passieren, damit wir diese Weltwirtschaft wieder einfangen können. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr da dazu denkt und wie ihr euch das vorstellen könnt oder wie ihr das empfindet. Da freut es mich sehr, wenn wir darüber reden können. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert natürlich gerne den Kanal kostenlos, damit ihr nichts mehr von den spannenden Videos verpassen könnt. Ihr werdet hier immer bestens informiert über das Thema Edelmetalle, Gold und Silber und was aktuell auf dem Markt los ist. Egal ob für Einsteiger oder für Profis oder für Sammler, für jeden ist da immer etwas dabei und natürlich gibt es immer einen Daumen hoch zum Schluss, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir werden uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, macht es gut, euer Goldhamster. Bis dahin, macht es gut.